Hey, tschau zusammen, herzlich willkommen zurück im Reminantrop-Kiste zur nächsten Folge Stardew Valley. Stardew Valley, Folge 236 auf dem David Hessel Hof. Ja, und heute darfst du endlich, endlich, endlich leben vom Land. Wenn man natürlich schon die letzte Berendzeit, oh, ist auch schon wieder cool. Morgen mit einem wunderschönen Sonniger Tag. Das ist auch mal schön, wir sind schon lange nicht mehr auf der Inseln gewesen, merke ich jetzt gerade. Ähm, ba-ba-ba-bam, ba-ba-ba-bam, den Kaffee tun wir nochmals da rein. Dann können wir schnell hier runter schauen. Da ist immer noch alles am, am Braudeln und am Tue. Was sieht jetzt hier raus aus? Ui, da ist ganz schön was gewachsen. Ähm, jetzt hat es verfehlt. So. Und da oben hat es auch noch ein paar Diamanten hergeschneit. Das ist doch schön. Tuck, 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 tuck. Gut, da muss schnell weg sein. So. Alles auf Sorgen. T-t-t-t-t. Ähm, da mal wieder die Chance nutzen, um unsere Katze zu guten Morgen sagen. Larry, tut wahr. Ähm, ja da ist ziemlich was gewachsen. T-t-t-tä. T-t-tä. Ich glaube, wir gehen natürlich schnell Kaffee zu Morgen. Da war ein 3-faches Espresso. T-t-t-t. Dann wird da mal alles geplügt. T-t-t. Uu, ziemlich viele Sachen sind da gewachsen. Genau so macht es manchmal nicht. Dann auch noch. Und darum machen wir hier. Jetzt geht wieder ein bisschen Saat. So. Es ist mir völlig klar, dass das nicht... ...wahrscheinlich das ist, was am meisten Geld bringt. Aber wenn wir eh eine Art Vorhand... ...die Felder hier oben wahrscheinlich nur noch... ...jetzt gerade... ...bearbeitet, denke ich dann fast, dass wir die in der nächsten Runde... ...dur einen anderen Junimo hat ersetzt. Wir müssen nachher mal schauen, ob es überhaupt Platz hat und so weiter. Und das machen wir dann gerade für die neue Jahreszeiten. Hat das eigentlich Sinn. So. So. Das ist einfach leicht. Das ist da nicht gewachsen. So. Da haben wir jetzt eigentlich aufgeräumt. Da ist auch noch... ...das sieht auch noch schön aus. ...dass es aufgeräumt ist. Moment. Da haben wir hier und... ...ja, wir bleiben. ...dass ich schon mal sagen... ...dass ich schon mal sagen... ...zack. Die machen wir hier oben. Dann lassen wir auch aufgeräumt richtig viel... ...was... ...denkst du, weil das Ganze losgegangen ist? ...dass es noch anders ausgesehen... ...peperoni-Gelais... ...dann wird es auch immer besser. ...dann werden wir hier mit den... ...Gefässe... ...dann werden wir noch ein bisschen Rotkohl verarbeiten. So, das geht gleich auf... ...so dass alles ready ist... ...und alles an sich drehen ist. ...dann wird es auch mal... ...piperoni verarbeitet. ...und... ...und... ...das ich zu tun... ...so... ...und... ...da ist wieder ordentlich was... ...ready. ...and waddupppbem... ... so gut... ...plup-plup-plup-plup-plup-plup-plup-plup-plup-plup-plup-plup-plup-plup-plup-plup-plup... ...genauso macht's... Dann ist sicher das hier wichtig, die drei und die. Zuerst nehmen wir hier die Uralte und die nehmen wir hier. Dann die Reihe oben nehmen wir so und den Rest gibt es wieder Sternflüchte. Gut dann ist jetzt auch zum Sternflüchte neu gepostet. Wir haben einen relativ direkten Weg zur Sendung. Dass sie Sendung heisst, ist ja eigentlich auch ein recht amüsanten Kniff. So jetzt haben wir... Nein, bin mir gerade nicht sicher was das hier ist ehrlich gesagt. Wieder Sternflüchte. Die geht hoch durch, so. Dann geht es mal hier runter schauen. Jetzt wird es ein paar Wohnen geben. Cool. Cool, 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 cool. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Guten Morgen. Da wird man schon mal nicht berufen. Also begrüsse ich am Morgen früh. Ist das nicht einfach schön? So. So. Dann gehen wir mal da rein schauen. Und. Wir legen gleich auf. Haben wir noch... Nein. Cool, 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 cool. Cool. Dann gehen wir in den anderen Stall schauen. Dann hier kommen wir... Dann haben wir den Maio. babe... Wieso alle begrüsst... Guten Morgen, Guten Morgen. Gib einmal mit den Hansi aus PS. Dann gehen wir jetzt mit dem alter Ferrencher. Wenn die dann mal wieder raus dürfen... ...daskins ist ja richtig herrlich. Ah, komm, komm. Tuck. Mal schauen, ob ein Schwein drin geblieben ist. Nein, sind alle rausgehübt. Aber der Geiss ist noch da. Hallo? Ah, ist schon innen. Okay. So, dann. Geissen, Milch, Milch, Geissen, Geissen. Milch. Stoffe. Milch, Milch. Milch. Und da haben wir aber alle, oder? Oh, so gut. Ähm. Oh, oh, oh. So, 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 so. Ja, alles ablehren. Alles ablehren. Ja. Ja. Bohnen können wir tatsächlich mal noch gut brauchen für... ... 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